Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die Journalisten Maria Ressa von den Philippinen und Dimitri Muratov aus Russland. Die 58-jährige Maria Ressa hat fast zwei Jahrzehnte lang als Investigativreporterin für CNN gearbeitet und für die Meinungsfreiheit gekämpft. Der ein Jahr ältere Dimitri Muratov wurde dafür ausgezeichnet, dass er sich in Russland seit Jahrzehnten für die Freiheit der Presse einsetzt. Der Friedensnobelpreis gilt als die weltweit wichtigste Auszeichnung für Verdienste um Friedenssicherung und Menschenrechte. Das norwegische Nobelkomitee gab die diesjährigen Friedensnobelpreisträger am Vormittag bekannt. Und über sie wollen wir noch ein bisschen genauer sprechen. Schauen nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, Dimitri Muratov, wer ist der Mann? Dimitri Muratov ist der Chefredakteur der renommierten kremlkritischen Zeitung Novaya Gazeta. Das ist tatsächlich ein Mann, der seit 1993, also seit der Gründung der Novaya Gazeta, deren Gründungsmitglied er auch war, immer sich für die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt eingesetzt hat, glaubwürdig eingesetzt hat. Und er ist jemand, der tatsächlich der Chef eines der letzten unabhängigen und auch kremlkritischen Medien Russlands ist. Und weil eben hier so vieles im Argen ist mit der Pressefreiheit, mit den Menschenrechten, den Bürgerrechten, hat er wohl auch jetzt diesen Nobelpreis bekommen. Und wie ich finde, absolut zu Recht, er ist ein absolut couragierter, mutiger Mann. Und er hat selbst gar nicht mit diesem Preis gerechnet. Und er hat erzählt, dass als der Anruf auf Norwegen kam, hat er das gar nicht verstanden, hat ihn gar nicht zuordnen können, hat ihn als unerwünschten Anruf erst mal weggedrückt. Und da musste man ihm dann von dritter Seite darauf hinweisen, dass jetzt doch ein nicht unwesentlicher Anruf kommt und man ihm einen doch auch nicht unwichtigen Preis verleihen möchte. Da rechnet man vielleicht doch einfach erst mal nicht so damit. Aber was glaubst du denn, wie fasst Wladimir Putin das auf? Das ist natürlich auch Kritik an seinem System. Juckt ihn das überhaupt? Ich glaube, das juckt, wenn ich das so formulieren darf oder mit deinen Worten zu sprechen, juckt Putin absolut. Wir wissen ja, dass der russische Präsident vor allem auch darauf guckt, wie die Außenwirkung im Westen ist. Putin ist jemand, der solche Ohrfeigen auch sicherlich nicht vergisst, denn nichts anderes ist das als eine Ohrfeige. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, in Russland ist vieles im Argen mit den Menschenrechten, den Bürgerrechten, der Pressefreiheit. Da wird die Presse sehr häufig gegängelt und jetzt eben dieser Preis für einen Verfechter der Pressefreiheit, das ist nichts anderes als eine Ohrfeige. Und ich glaube, genau so wird das im Kreml auch verstanden. Was bedeutet das aber für Journalisten, auch eben jetzt für Maria Ressa, die ja auch in einem System arbeitet, wo Pressefreiheit nicht existiert in der Form? Was bedeutet das auch, wie man weiterarbeiten kann, wenn man diesen Preis bekommen hat? Ja, also für die Philippinen tue ich mich jetzt mit einer Einschätzung etwas schwerer. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich kann dir für Russland sagen, also Leute wie Dmitri Muratov und seine Journalisten leben seit Jahren extrem gefährlich. Und von der Novaya Gazeta wurden seit ihrer Gründung 1993 schon sechs Journalisten wegen ihrer investigativen und auch schonungslosen Herangehensweise ermordet. Und die bekannteste ist wohl Anna Politkovskaya und gestern war der 15. Jahrestag ihrer Ermordung und da hat auch Dmitri Muratov, also der jetzige Nobelpreisträger, dazu an einem Film mitgearbeitet und hat da stark kritisiert, dass die Aufklärung in Bezug auf die Hintermänner, die Auftraggeber dieses Mordes überhaupt nicht vorankommt und dass das alles total verschleppt wird und dass der Kreml wohl auch kein Interesse daran hat, tatsächlich die Auftraggeber zu benennen. Also hier ist wirklich sehr, sehr vieles im Argen. Deswegen hat Muratov diesen Preis bekommen und ich kann es nur noch einmal sagen, wenn ihn ein Journalist in Russland verdient, dann ist es sicherlich dieser Mann. Wir gratulieren beiden Preisträgern. Dankeschön, Christoph, nach Moskau.